Gehts ab? Oh, jetzt rennen die ganzen Zombies vom Norden runter. 4 Stück rennen in dein Haus vorbei und sind genau vor deinem Haus stehen geblieben. Wow. Ich hab ihn wohl nicht umgebracht, obwohl ich ihn wirklich 2-3 mal mitten in die Brust bin ACOG auf der Entfernung, weißt du? Ja. Er hat den NVA-Helm auf. Oh, bei mir ist Spieler unten. Rein, rein, rein. Tür auf bei mir. Vorne? Er kommt, er wird den roten. Kann grad nix sehen. Scheiße, ich kann nix machen. Geh beschissen. Mit den ACOG. Geh das ACOG runter. Komm schnell, kann ich nicht. Der hat jetzt nix. Du musst herrennen. Zwei Spieler unten drinnen. Zwei. Zwei. Okay. Dies von unten aufs Haus, lass dich erschrecken. Warte kurz. Pass auf, dass die aus die Fetzer nicht rausschießen. Na ja, das heißt Zombies an der Batterie jetzt ja. Okay, deine Kollegen geh wieder zurück in dein Haus. Ich seh jetzt keinen hier bei dir. Okay, na ist auch keiner mehr drinnen anscheinend. Die sind rausgerannt. So wieder oder so. Zombies kommen wieder rein. Wir sind unten im Schlafzimmer. Okay, alles klar. Zombies sind drinnen bei denen. Mindestens einen hab ich. Okay, dann geh raus und geh weg. Ich blute. Ich muss zum Haus. Genau, hau ab. Sehr schön, du lebst noch. Mach die Tür bei dir zu, verbinde dich. Ja, ich muss erst mal zu mir kommen. Na stimmt, die können auch nicht schießen. Musst du aufpassen. Bin dran. Okay. Ich hab auch einen getroffen hier. Als die reingekommen sind. War jetzt meine AK hingepackt? Alter, jetzt sind die 8 Millionen Zombies drinnen. Darf ich dich bewegen? Komm nicht die Treppe hoch. Die sind alle unten bei ihnen an der Tür. Hast du zwei gesehen oder nur einen? Nur den im Rot. Kann sein, dass ich den anderen erschossen habe. Obwohl, dann würden die Zombies ja nicht agg reinrennen. Ich weiß nicht, kann sein, dass unten noch einer lag. Das weiß ich jetzt nicht. Im Schlafzimmer sind jetzt die ganzen Zombies. Okay. Die sind vielleicht an Katschers beide. Die Zombies schlagen aber nicht. Ich muss mal gucken, ob bei dir was an der Treppe liegt. Vor meiner Treppe liegt ein Zombie ja. Den hab ich umgebracht. Bei der Tür steht auch keiner. Die Leiche ist weggespawren von dem Typen. Im Schlafzimmer laufen auch die Zombies um. Ja. Ich hoffe, dass irgendwo draußen Schüsse fallen und die weg werden. Die werden ja wissen. Wer ist denn der Typ? Wenn der im Schlafzimmer voll ist, dann kann da doch keiner mit drin sein. Der ist eigentlich tot. Ich hatte jetzt eigentlich nur einen gesehen im Rot. Der andere des Todes. Die anderen hab ich jetzt nicht gesehen. Es kann sein, dass der vielleicht im Flur noch stand oder so. Ach, den hab ich im Flur. Ja, den hab ich erschossen hier. Oder an Katschers geschossen. Ach, der hat noch einen Katschers. Oh, der hat eine AKM. Der hat einen Katschers Vielen Dank.